Das Entrosten von tiefliegenden Sicken stellt jeden Restaurator vor ein Problem. Mit herkömmlichen Schleifgeräten ist kein Herankommen. Sandstrahlen ist für eine Teilrestauration keine Lösung. Für diesen Zweck ist der druckluftgetriebene Stabblaster von Monti am besten geeignet. Mit einer Drahtbürste, die an einer Seite längere Drahthaken hat, erreicht man die tiefliegenden Bereiche der Kofferraumkante. Die Drahtstifte werden über eine Umlenkrolle gespannt und schlagen während der Rotation auf die zu entrostende Stelle. Diese Form der Entrostung ist sehr effektiv und beseitigt auch an den Stellen, die tief nach innen liegen, den Rostbefall des Blechs. Um ein solches Druckluftgerät zu betreiben, empfiehlt es sich, einen entsprechenden Druckluftkompressor in der Werkstatt zu haben, wie zum Beispiel diesen Zweikolbenkompressor mit einer Fülleistung von 390 Litern pro Minute. Diese Leistung gewährt auch während der dauerhaften Arbeit mit Druckluftgeräten einen konstanten Betrieb ohne Leistungsabfall. Kleinere Kompressoren bringen nicht die notwendige Leistung und das Arbeiten muss zwischendurch ständig unterbrochen werden. Das Druckluftgerät wird durch den gesonderten Anschluss für geölte Druckluft während des Betriebs durchgehend geschmiert. Das Abtragen von Rost an schwer zugänglichen Stellen ist mit dem Stabblaster von Monti sehr effektiv. Auch an den Stellen, die tief nach innen liegen, wird der Rostbefall des Blechs beseitigt. Das Blech wird wieder blank und kann weiter bearbeitet werden. Dann wird der Rost Maiskipp für geölte Druckluft ausgewichtigt. Läser der L queen selbst in der essayung gehen wird... ...und common kann was noch nicht so.